Ihre Güter sicher zum Ziel. Wenn es um sichere Warentransporte geht, ist Transportservice Gerhard Herold Ihr zuverlässiger Partner. Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Handel werden praxisorientiert beraten und bedient. Ob Direktverteiler oder Sonderfahrten, ob Komplettteil- oder Sammelladungen. Kunden profitieren von einer ausgefeilten Logistik, die sichere Transporte auch für zerbrechliche und empfindliche Güter garantiert. Vom Karton bis zu Paletten mit bestens gewarterter Fahrzeugflotte, unterschiedlich großen Ladevolumen und einem qualifizierten Fahrerteam bieten Gerhard und Ingrid Herold kundenindividuelle Transportlösungen. Regional, bundes- und europaweit. Transportservice Herold – sicher für Sie unterwegs.